In diesem Podcast geben wir Ihnen einen Einblick in die neuen Funktionen von EDIUS 9.50. Multicam Audio Sync Blackmagic RAW ProRes 4444 Export mit Alpha Kanal Weitere Verbesserungen in EDIUS Verbesserungen in MINK Multicam Audio Sync In EDIUS 9.50 ist nun die Synchronisation von mehr Kameraaufnahmen per Audio möglich. Viele Nutzer haben sich diese Funktion gewünscht. Filmt man mit mehreren Kameras oder zeichnet den Ton zusätzlich mit einem Field Recorder auf, kommt die neue Funktion zum Einsatz. Hierzu wählt man alle parallel aufgenommenen Dateien aus. Durch einen Rechtsklick erscheint die Option Multicam Synchronisierung. Im Multicam Sync Dialogfenster wählt man die Synchronisationsmethode. Neu sind die Sync Optionen Audio und Audio um die Marke. Im Vorfeld wurde auf der Digitalschnittmesse schon einmal ein Ausblick auf die Sync Funktion gegeben. Dort dauerte die Analyse aber noch sehr lange. Mit der finalen Version 9.50 klappt diese nun etwa 25 mal so schnell. Die Synchronisation ist nicht nur vor, sondern auch während dem Schnitt möglich. Liegt beispielsweise ein Clip in der Timeline, so können weitere parallel aufgezeichnete Dateien entlang dieses Clips synchronisiert werden. Dazu wählt man die entsprechenden Clips im BIN-Fenster an und klickt auf einen von ihnen mit der rechten Maustaste. Dann wählt man Multicam Synchronisierung und legt die aktuelle Sequenz als Zielsequenz fest. Anschließend bestätigt man mit OK. Eine noch schnellere Audioanalyse kann man durch Unterstützung von Clipmarken erreichen. Man erstellt hierzu eine Clipmarke und kann diese auch zusätzlich mit einem Kommentar benennen. Nun wählt man bei der Multicam Synchronisierung die Option Audio um die Marke. Sofern zuvor die Clipmarke mit einem Kommentar benannt wurde, gibt man diesen mit an. Nun werden anstatt des gesamten Clips nur 10 Sekunden Audio vor und nach der Clipmarke analysiert. Dadurch erfolgt die Synchronisation extrem schnell. Eine weitere Neuerung ist die automatische Anpassung der Kameraanzahl an der Multicam Vorschau. Beim Synchronisieren in eine neue Multicam Sequenz wählt EDIUS selbstständig je nach Kameraanzahl die geeignete Ansicht aus. Blackmagic RAW EDIUS 9.50 unterstützt den Import des neuen Blackmagic RAW Formats. Damit ist EDIUS wohl die einzige Schnittsoftware am Markt, die alle gängigen RAW-Formate unterstützt. Punkt B RAW-Dateien der Ursa Mini Pro und der Pocket Cinema 4K können somit direkt über das BIN-Fenster importiert werden. Die entsprechenden Farbräume Blackmagic Design 4.6K Filmgang ISO 800, Blackmagic Design Broadcast Film Gen 4 und Blackmagic Design Pocket 4K Film Gen 4 ISO 400 sind nun zu den Farbraumeinstellungen hinzugefügt. Das Filmgamma kann auch auf normale ProRes MOV-Dateien angewendet werden. Darüber hinaus profitieren EDIUS Workgroup Nutzer zusätzlich von dem für Blackmagic RAW optimierten Entwurfsmodus. Download Links zu von uns gedrehtem Blackmagic RAW Testmaterial finden Sie in der Beschreibung. Blackmagic RAW Material der ganz neuen Cinema Pocket 6K Kamera wird erst durch ein nachfolgendes, kostenloses Update unterstützt werden. Leider hat Blackmagic Design seinen Partnern die Spezifikationen des RAW Materials der 6K Kamera noch nicht zugänglich gemacht. ProRes 4444 Export mit Alpha-Kanal Anders als bei vielen anderen Schnittsystemen ist es in EDIUS möglich, Videos mit Alpha-Kanal zu exportieren. Neu in EDIUS 9.50 ist der Export mit Alpha-Kanal im ProRes-Format. Das ProRes-Format mit Alpha-Kanal-Unterstützung ist ProRes 4444. Dass es auf RGB 4444 und nicht auf dem videotypischen und von EDIUS genutzten Y-OV 422 basiert, bringt abgesehen von der höheren Datenrate keine Nachteile. Somit ist neben dem Export im Grass Valley eigenen HQ- und HQX-Format nun auch der Export von Videodateien mit Alpha-Kanal als ProRes möglich. In EDIUS Pro 9.50 ist der ProRes 4444 Export als MOV-Datei, in EDIUS Workgroup 9.50 zusätzlich auch als MXF-Datei möglich. Weitere Verbesserungen in EDIUS Windows 10-Nutzer können in EDIUS 9.50 nun im laufenden Betrieb das Audio-Wiedergabegerät wechseln. EDIUS unterstützt nun den Import von Canon Cinema Raw Light Material der neuen EOS C500 Mark II. Zudem wird die Sony RAW-Unterstützung auf Version 3.3 aktualisiert. Auch der Import von Sony XO-CN Material ist nun in EDIUS möglich. Daneben gab es weitere kleinere Korrekturen und Verbesserungen. Verbesserungen in MINK Auch MINK unterstützt jetzt das Decoding von Blackmagic RAW Material. Die entsprechenden Farbräume sind in MINK ebenfalls verfügbar. Eine weitere Neuerung ist die Loop-Wiedergabe, mit der Clips automatisch als Endlosschleife abgespielt werden können. Hier kommen Sie zum nächsten Podcast. Abonnieren Sie hier unseren YouTube-Kanal. Mehr Tipps und Tricks gibt es in unserer EDIUS Podcast-Playlist. Weitere Infos zu EDIUS, passende Plugins, Lernkurse, aktuelle Downloads und vieles mehr finden Sie auf EDIUS.de. EDIUS